Shoppen sollte Spaß machen. Deshalb ist es wichtig, bewusst vorzugehen. Die folgenden Regeln helfen dir, dein Kauf zu durchdenken, Geld zu sparen und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Erstens. Frage dich, brauche ich das wirklich? Überlege, ob du den Artikel auch in einem Monat noch gut finden wirst und ob er zu den anderen Teilen in deinem Kleiderschrank passt. Zweitens. Setze dir ein Budget. Lege vor dem Shoppen fest, wie viel du ausgeben willst und halte dich konsequent daran, um Spontankäufe zu vermeiden. Drittens. Qualität vor Quantität. Hochwertige Produkte halten länger und sparen dir auf Dauer Geld. Viertens. Prüfe Materialien und Herstellung. Achte bei neuer Kleidung auf nachhaltige Stoffe und faire Arbeitsbedingungen. Fünftens. Überlege dir Kombinationsmöglichkeiten. Vielseitigkeit und Zeitlosigkeit sind der Schlüssel zu einem durchdachten Einkauf. Ein Kleidungsstück, das zu verschiedenen Outfits passt, ist eine langfristige Investition. Sechstens. Schlaf eine Nacht darüber. Impulskäufe sind oft nur kurzfristig befriedigend. Nimm dir Zeit und überdenke eine Neuanschaffung gut. Siebtens. Kenne die Rückgabebedingungen. Flexible Rückgabeoptionen bieten Sicherheit bei Fehlkäufen. Achtens. Bewerte emotional und rational. Kaufe nicht nur aus Laune, sondern aus echtem Bedarf. Kaufe nicht nur aus Laune. Klar. W desto. Untertitelung des ZDF, 2020